Na endlich! Ein Lebenszeichen von Florian Silbereisen. Seine Fans machten sich schon Sorgen, war er doch irgendwie eine Zeit lang vom Erdboden verschluckt? Doch nun heißt es aufatmen. Ein neues Foto von Florian zeigt, es geht ihm gut und er ist wohl auf. Wir können ja verstehen, wenn man sich mal der ganzen Öffentlichkeit entziehen und einfach mal seine Ruhe haben will. Im Fall von Florian Silbereisen war die Abstinenz kürzlich doch merkwürdig. Keine Ankündigung für eine neue Show, kein Lebenszeichen bei Instagram, nichts, kein Wunder, dass sich einige Fans besorgt zeigten und bei Nachrichten 360 nachfragten, wo Florian denn hin sei? Hier nun also des Rätsels Lösung, er ist offenbar derzeit beim Dreh für eine neue Folge des ZDF Traumschinf. Mit dabei, Schauspielerin Simone Thomala. Die postete das Foto nämlich und wie man sieht, Florian ist wohl auf und seine Fans sind ganz aus dem Häuschen, grüßt den lieben Flori von seinen Fans. Wir vermissen ihn, oder auch schön ein Lebenszeichen von euch zu hören sind nur einige der Kommentare unter dem Posting. Musik Musik